Bremen ist für Liga-Insider Familie. Wir haben Datenking Susi, Legenden-Insider Brian und selbst unser Chefredakteur liegt schon am Weserstrand. Ich bin Kessem, euer Liga-Insider und heute spaziere ich vielleicht auf dem schönsten Stadionweg rein ins Weserstadion. Let's go! Unser Legenden-Insider, das Leben des Brian, hat uns das Papier natürlich voll gestufft und Brian, mein Lieber, du bist ein geiler Typ und mit deiner Power gehen wir mal rein ins Teil 1, Rückblick. Und mit Platz 9 rangierte man am Ende sehr ordentlich. Das topte man nur im Jahr 2018, 2019. Da ging es sogar auf die 8, deswegen sind die Werder-Fans aktuell sehr happy. Ziel war der Klassenerhalt und mit dem hatte man eigentlich nichts zu tun. Seit dem zweiten Spieltag stand man nie schlechter als Platz 14. Auch Brian binde ich heute etwas mehr ein, einfach aufgrund seines Legenden-Status bei uns und weil der Typ auch immer in unser Büro läuft, wenn er frei hat. Deswegen, Brian, mein Lieber, du bist heute im Key-Facts-Konfi. Nennt einen Erfolgsgaranten mit der stabilisierten Defense. Die sah nämlich richtig gut aus. Nur 1,6 Tore pro Spiel und 7 weiße Westen. Da war man jeweils Platz 8. Das sah sehr schön aus. Und man brachte eine gewisse Eingespieltheit mit. Das war sehr wichtig. Keine super großen Ausfälle. Man hatte immer Chef Friedl dabei. Da hatte man links Anthony Jung und dann rechts ging es mal mit Veljkovic. Aber auch stark. War eine gute Aushilfe. Dazu auch nochmal mehr in der Top-11, denn der robbt sich wohl vielleicht sogar nach vorne. Das bleibt ganz spannend. Über Außen hatte man Tempo-Defizite und Stellungsspiel. Das bringt er hier auch noch an als Weakness-Spots. Ja, da muss man nochmal in die Tiefenverteidigung gehen und die Boxbesetzung. Auch das, die war nicht immer perfekt. Das trainiert man gerade in der Vorbereitung. Ein weiterer Erfolgsgarant, das war Senne Lienen. Er war der Kettenmanager der Abwehr. Hat sich einfach vorgestellt wie so ein Türsteher. Und jeder, der bei Werder hinten Party machen wollte, hat ein alter Kajajana-Mann hier gesagt, du kommst nicht rein. Und er war super. Er war richtig stark. In den Defensivstatistiken habe ich mal für euch hier Tacklings, Blocks, Interceptions, Klärungsaktionen überall da. Das war Senne Time. Und auch die Offensive war ein Garant für den Erfolg von Werder Bremen. Und die wurde weiterentwickelt. Es gab den späten Abgang von Niklas Füllkrug. Aber die Bremer sind cool geblieben und Ole Werner hat alles richtig gemacht. Es gab vorne immer viele Positionsrotationen der vorderen drei Spieler. Vorne weg natürlich der Dynamik-Creator. Das ist Marvin Duxch. Hat wieder 20 Scorer dahin gezaubert. Und ganz stark auch eine super Weiterentwicklung. Hat auch Romano Schmid genommen. Gerade in der Gefahrenerzeugung durch Läufe. Da war er sehr, sehr gut. Generell hat er zur offensiven Gefährlichkeit dazu beigetragen. Und dann natürlich verfügt das Team über gute Dribbler. Die wurden gut in Szene gesetzt. Weiser, Ginmar und Schmid hier auch zu nennen. Und generell viele gute Passspieler. Gerade im Blick haben wir die Pässe ins letzte Drittel. Auch da Duxch und Schmid vorneweg richtig, richtig starke Boys. Und da haben sie überdurchschnittlich sehr gut performt. Und dann würde ich sagen, it's stats time. Wie ihr das auch kennt hier. 58% angekommene lange Bälle. Inklusive der Methode scharf gespielte Bälle durchs Zentrum. Da war man das 6-beste Team der Liga. Nur die Top 5 der Liga waren da besser. Weiser und Duxch sind hier zu nennen. Die absoluten Unterschiedsspieler des Teams. Die haben einen hohen Fußball-IQ. Und haben sich immer super innen und außen angeboten. Und dadurch immer sehr viel möglich gemacht. Eine typische Spielsituation war zum Beispiel so. Weiser bekommt auf rechts den Ball. Geht dann ab. Zieht dann die Kette. Die gegnerische Kette auseinander. In diesen freien Raum geht dann Duxch rein. Als Anspielstation. Und dann kommen die Achter ins Spiel. Die kommen mit einem progressiven Lauf. Gerade Linen und Stay habe ich da am Blick. Und genau. Kommen dann über ihre Laufpower. Und übernehmen dann mit von Duxch den Ball. Und ziehen dann ins letzte Drittel. Sorgen da für Gefahr. Das war auf jeden Fall ein Mittel. Zweiter Stat. Das ist die defensive Mannorientierung im Mittelfeld. Da provozierte man direkte Eins-gegen-eins-Situationen beim Gegner. Und mit 611 provozierten Dribblings hatte man den zweithöchsten Wert. Das war wohl also auch ein ausgemachtes Rezept. Und Ziel war immer dieses Come on. Beat me one on one. Und das haben die Gegner aber meistens nicht geschafft. Da hatte Werder Bremen eine richtig gute Efficiency. Oder eine Erfolgsrate. Mit 44,5%. Und gegen Dribblings. Also besonders im Mittelfeld ein Top 5 Wert in den Zugriffen. Da sind sie hellwach. So eine typische Spielsituation habe ich euch ja gerade genannt. Die birgt aber auch Risiken. Gerade wenn du ballnah eine Positionierung agierst. Dann ist es so, dass du natürlich beim Ballverlust schnell nach hinten musst. Und wenn dann die Achter hochstehen. Oder gerade mit einem progressiven Lauf gerade hoch anlaufen. Dann den Ball verlieren. Das sind natürlich hinten Lücken. Das haben die Werderaner aber super gut gemacht. Denn Friedl als Abwehrchef hat immer eine sehr gute Positionierung zur Mittelfeldkette. War da immer sehr eng vernetzt. Und ja, man kann schon sagen, er war wirklich so Sergeant Friedl. Immer zugeschaltet über den Werderaner Achter. Und er war hellwach. Hat da immer die Räume eng gemacht. Und hatte da immer ein gutes Auge. Plus auch die Installation mit Lienen. Der da auch immer ein sehr gutes Timing hatte. Und auch wenn dann zum Beispiel Stay mal nach vorne gegangen ist, hatte Lienen dann auch da eine sehr gute Absicherung. Also generell der Raum immer sehr gut abgedeckt durch Sergeant Friedl. Aber auch Chief Lienen, die da wirklich immer gut vernetzt waren. Und ja, einfach für Stabilität im Mittelfeld gesorgt haben. Obwohl die Jungs hier so gut vernetzt waren, kam es da doch immer mal zu Risiko. Wir haben die acht Kontergegentore hier mal notiert. Es ist Platz 17. Und da ist auf jeden Fall die fehlende Geschwindigkeit der Außenspieler, der Absicherungsspieler anzubringen. Ich habe da gerade auch Jung im Blick. Dann die beiden Schienenspieler. Die stehen sehr, sehr hoch. Auch da, wenn du da dann einen schnellen Counterpunch kassierst, da gibt es dann immer mal über die Flügel einen gefährlichen Angriff gegen Werder. Auch immer ein beliebtes Mittel. Dann noch, dass man im Spielaufbau hat, man sich natürlich auch dann pressen lassen. Und da hat man auch nicht immer die beste Option gewählt. Auch hier kam es zu vielen gefährlichen Angriffen. Zu guter Letzt habe ich noch die Effizienz mit am Start. Auch so als kleine Downside. 12 Prozent bedeutete dann am Ende Platz 17 im Auswerten der Großchancen. Auch das ein Wert, wo die Werderaner ja noch ein bisschen feilen müssen. Und da gibt es auch den ein oder anderen Spieler, auf den wir nachher noch zu sprechen kommen. Genau, vielleicht sogar im Talentschuppen. Das mal als kleiner Teaser. Ja, die Bremer haben das schon geschickt gemacht. Also die lange Bälle nach vorne geklatscht. Dann haben sie da natürlich Spieler mit hohem IQ wie Miku, die natürlich dann die Dinger da gut verwertet haben. Gute Dribblings, gute Dribbler natürlich in den Reihen. Effizienz muss noch ausgebaut werden. Und auch die Konterabsicherung, die muss besser klappen. Und eine Sache, die habe ich noch nicht erwähnt, aber die Standards. Vorne wie hinten. Man hatte den geringsten XG-Wert nach Standards. Von daher trainiert mal die Standards, ihr Werderaner. Und damit gehen wir mal weiter in Teil 2 Kaderanalyse. Wie süß guckt Olivier Demart bitte in die Kaderanalyse. Und damit starten wir rein und schauen uns mal an die Top-Transfers der Werderaner. Starten natürlich klassisch mit den Neuzugängen. Und er ist jetzt dabei. Das ist Skelly Alvero. Das ist ein richtiger Panzer, der hier anrollt. Kommt für knappe 5 Millionen von Olympique Lyon. Er ist 22 Jahre jung. Gute Ballbehauptung. Auch unter Gegnerdruck. Ein Mittel, was Nick Woltemar doch immer ganz gut konnte. Und aktuell ist er sogar der größte Bundesligaspieler mit 2,02 Meter. Also verfügt er über eine super physische Power. Und laut unseren Informationen tatsächlich auch ein heißer Konkurrenzkampf mit Jens Day. Was die ersten Eindrücke in der Vorbereitung auf jeden Fall angeht. Und in den Testspielen. Da macht er schon auf sich aufmerksam auf der Acht mit seinen 22 Lenzen. Ole Werner ist generell großer Fan von ihm. Und obwohl der auch noch nicht so zum Zuge gekommen ist. Aber er muss jetzt da sein. Er muss jetzt den Druck ausüben. Und Werder sieht in ihm auf jeden Fall eine hohe Qualität und will ihn weiterentwickeln. Und damit haben wir seine Ballbeherrschung. Wir haben seine Körperlichkeit, die er schon mitbringt in seinem jungen Alter. Aber der Junge kann natürlich auch nach vorne ziehen. Er kann Spiele auf sich ziehen. Macht damit Räume auf. Und das wäre auch nochmal ein richtig gutes Mittel. Hat da ähnliche Vorgaben dann auch wie Big Nick, den ihr schon rechts hier seht. Der ja abgewandert ist, wollte Made. Und lauern auf der letzten Linie. Auch das ist ein gutes Mittel. Er wäre nämlich auch einer, der aus dem Rückraum dann reinziehen kann. Auch eine gute Boxbesetzung. Dann vielleicht auch sogar bei Standards. Über seine Kopfballpower, die er auch mitbringt. Generell hat aber Brian eine Sache noch auszusetzen. Und das ist die Passqualität. Deswegen. Alvero, my friend. If you hear me, you are the man. And you got all the skills. But you need to optimize your passing ability. But you can manage that. And you got all the tricks in your Werder shoe. So, und damit gehen wir weiter zu. Ich würde sagen, alles top in Bremen. Und zwar mit Keke top. Was Bremen in letzter Saison gefehlte, das war ein physischer Neuner. Und der ist mit Keke nämlich wieder gekommen. Der hat ähnliche Anlagen wie Fülle. Er braucht aber Entwicklungszeit. Und da die Offense-Line von Bremen relativ fest steht, hat er auch diese Zeit und kann sich da jetzt ganz in Ruhe entwickeln. Und er ist der Typ. Er soll schon die Front-Nine dann auch werden. Und Duxch könnte dann als hängende Spitze agieren. Das ist auch ein beliebtes System, was Ole Werner sehr liebt. Und in der Position mag Ole Werner Duxchi auch noch lieber. Und wie haben sie es gemacht? Die Bremer Keke top. Kommt aus der Region. Wurde auch bei Bremen ausgebildet. Wurde dann jetzt verliehen an den FC Schalke. Fünf Tore, zwei Assists. Und dann haben sie perfekt auch die Rückkauf-Option gezogen. Also hier schon echt eine richtig coole Entwicklung stattgefunden. Dieke top. Das ist ein top Mann. Also verfügt über einen hervorragenden Schuss. Wie gesagt, hat die Physis, die er mitbringt. Und ja, sollte die Bremer da offensiv beflügeln. Ich bin gespannt, auf wie viel Einsatzzeit er kommt. Aber er ist einer, den man gut mal von der 60. 70. Mal von der Kette laufen lassen kann. Also deswegen würde ich sagen, das war ein top, top Neuzugang. Kommt zum dritten Transfer, den wir hier gelistet haben. Das ist Mio Backhaus. Ich würde mir mal die ganzen Bäckerei-Witze, würde ich mir jetzt mal sparen. Denn er kommt als großes Torwart-Talent und gilt als bester Keeper der abgelaufenen Ehredivisi. Manche sagen auch Ehrendivisi. Habe ich hier auch schon gehört. Er kommt vom FC Wohlendamm. Dorthin war ausgeliehen. Und er selbst hat die Ambition, dass er als Nummer 1 aus der Vorbereitung rausgeht. Also gefällt mir schon mal. Bringt so eine Boss-Aura mit. Schon mal sehr, sehr nice. Ähnlich wie Zetterer auch ein spielstarker Torwart. Also auch mit guter Qualität am Fuß. Kann laut Clemens Fritz auch mal sein, dass der im Pokal zu einigen Einsätzen kommt. Das bleibt ganz spannend. Aber für alle Manager hier unter euch, die Zetterer schon in der Kiste haben, da kann ich euch beruhigen, Zetterer ist auf jeden Fall die 1. Dazu auch noch mal gleich mehr in der Top-Helf. Und damit wandere ich mal rüber auf die Abgangsseite. Und ja, natürlich. Also Nick wollte mal gerade zum Ende hin. Hat er noch mal gezeigt, wer er eigentlich ist. War da auch immer so im Hintergrund. Immer mal mit so kleinen Einsätzen. Und dann hat er auf sein Scoring auch mal aufmerksam gemacht. Und Ding Chi hatten wir auch schon in der Heidenheim-Analyse. Ja, schnellster Spieler der Bundesliga. Ich glaube, viel mehr muss man gar nicht sagen. Super Scoring-Werte. Super Geschwindigkeit, die er mitbringt. Zwei richtig, richtig gute Spieler, die Werder da verloren gehen. Aber man muss auch sagen, Werder hat da sehr gut nachjustiert. Gerade mit Jinma und Agu hat man da, ja, über links auf jeden Fall die Temposeite von Bremen gut abgedeckt. Wir sind auch mal gespannt, wen die Bremer noch holen. Dazu auch gleich mehr. Und dann haben wir Christian Groß. Der hängt auch die Schuhe an den Nagel. Kam immerhin noch mal auf 20 Bulli-Einsätze in der letzten Saison. Achtmal davon sogar in der Startelf. Auch er öffnet die Tür für Alvero. Still hear me. Genau, das bleibt auch spannend. Und dadurch ist Alvero auch noch mal ein bisschen dichter an der Startelf dran, an der Starting-Line-Up von Werder Bremen. Und Gerüchte. Haben wir Bock auf Gerüchte? Ich auf jeden Fall. Left-Wing-Back für Agu ist nämlich links auch angedacht. Olivier Demar, der aber auch beide Seiten abdecken kann. Und hier wäre doch ein neuer Mann spannend. Wie wäre es denn mit Kilian Sardella? Der war schon Mitte des Monats mal ein Name, der hier herumkreiste in Bremen. Und ja, er könnte kommen. Aktuell sieht es nicht danach aus, aber über Left-Wing-Back würde man sich aktuell in Bremen nicht beschweren. Und dann natürlich noch der Big Man up front bei Marvin Dux. Es ist nämlich die Ausstiegsklausel abgelaufen. Alle Bremer freuen sich. Selbst er würde auch gern bleiben. Aber beide Seiten haben auch gesagt, dass man Angebote prüft. Deswegen ist hier auch das letzte Wort nicht gesprochen. Und generell kann sich hier nochmal das Stürmerkarussell drehen. Ähnlich wie bei Maxi Bayer in Hoffenheim. Zu der Analyse kommen wir auch bald. Ja, und auf Left-Wing-Back hätten sie natürlich noch Opitz. Der ist nämlich bei der U23 aktuell aktiv. Hätte auch, wäre auch ausgestattet mit einem Profi-Vertrag. Opitz wäre aber eher ein Leihspieler, den man nochmal woanders verleiht. Und der sich da nochmal entwickeln soll. Das ist aktuell. Der Stand hier in der Kader-Analyse. Und dann springe ich mal in den Talentschuppen. Und da haben wir natürlich Justin Nginma. Der ist gefordert. Der ist gesetzt auf halb links offensive Seite. Kommt über sein Tempo. Kommt über seine Tiefe. Und natürlich über die starken Dribblings. Hat seine Eintrittskarte letzte Saison eigentlich schon ganz gut abgegeben. Mit sechs Toren und zwei Assists. Also die Entwicklung in puncto Effizienz ist aber noch ausbaufähig. Und in puncto Mannschaftsziehnlichkeit. Also gerade sein Profil im Sinne der Abschlüsse und Schuss erzeugende Momente. Die kreiert er schon. Das ist schon sehr, sehr stark. Gerade auch seine Laufwege. Aber seine Entscheidung vor dem Tor. Also da wäre nochmal gut, dass er den Kopf hochnimmt. Und schaut, wer ist denn mitgelaufen. Habe ich einen besser positionierten Spieler, den ich in Szene bringen kann. Das wären noch so Qualitäten, die man dann nochmal im Feinschliff versucht, diese Saison bei ihm unterzubringen. So, und ich habe es mir gerade zehnmal angeguckt. Bei Butter bei die Fische. Videoformat von Werder Bremen. Sehr, sehr stark. Bitte mal reinschauen. Isak Hansen-Oren. 19-jähriger Norweger. Im Winter von Manchester United. gekommen und wurde dort als sehr großes Talent gehandelt. Und laut Brian auch zu Recht. Denn er verfügt über super Anlagen. Gerade im Skill mit dem Ball am Fuß. Da ist er nämlich ganz eng. Und auch immer mit dem Kopf nach oben. Das ist eine unglaubliche Stärke. Von ihm hat er ein sehr gutes Timing. Und gibt hier Brian auch schon so Diego-Vibes. Auch das ist schon mal sehr, sehr ansprechend. Er hat schon, äh, auch jetzt in den Testspielen, durfte er jeweils in der ersten Hälfte immer ran. Und, äh, war da schon überall unterwegs. Nominell im offensiven Halbraum ist er meist gestartet. Ähm, genau. Lässt sich viel auch ins Mittelfeld zurückfallen. Und, äh, teilweise, ja, bis nach hinten sogar in die Kette. Ist aber generell ein guter Balltreiber. Verfügt über gute Pässe. Und, äh, dribbelt drei Gegner auch gerne mal unter Druck aus. Ja, bei ihm wird jetzt natürlich spannend sein. Wie wird er natürlich herangeführt? Kann er so eine Konstanz auch auf Bundesliga-Niveau zeigen? Und gerade auch im Bereich Gegnerdruck, die nochmal eine andere Physis auch mitbringen. Wie macht er sich auf der Bundesliga-Bühne? Da bin ich ganz gespannt auf Oren in diesem Jahr Bundesliga. Wir haben ja schon hier viele Teams gesehen in der Kaderanalyse. Und man kann schon sagen, Breems großer Vorteil ist, dass sie hier keine wichtigen Abgänge verzeichnet haben. Also, natürlich hätte man Woltemade und Dingchi gerne behalten. Aber die Bremer sind clever, haben vorgesorgt, haben mit Jinma und Agu zwei wichtige Leute da in diesem Bereich verlängert. Also, super abgesichert, diese Nummer. Und, ähm, ich verlängere jetzt das Video. Und zwar mit Teil 3, Trainer und Vorbereitung. Und damit kommen wir zu Ole Werner, respektive Oles Werder. Und, ähm, er ist der Mann an der Seitenlinie und spielt jetzt seine vierte Saison. Mit dem Werder Bremen hat das Team wieder in Bundesliga-Spur gebracht mit dem Aufstieg. Genießt volles Vertrauen, hat das komplette Rückgrat vom ganzen Verein und hat einfach eine positive Entwicklung eingeleitet. Er hat diese norddeutsche Entspanntheit und hat eine ganz ambitionierte Art und die passt perfekt zum Verein. Seine Entspanntheit sehe ich auch in der Spielerentwicklung. Und zwar bleibt er da ganz cool und entwickelt, äh, die Spieler gibt denen Zeit, hat aber auch diesen Moment, wann er den Spieler im richtigen Moment bringt. Wie zum Beispiel bei Justin Jinma, der dann einfach total wie eine Rakete jetzt durchgestartet ist. Das ist sein Grundgedanke, dass es attraktiver Offensivfußball mit Ballbesitz, gleichzeitig auch gerne eine defensive Stabilität mit klar definierten Räumen. Das ist sein Gedanke. Und, äh, Fußball basiert nicht bei ihm auf einzelnen Spielern, sondern auf den bespielbaren Räumen. Das ist auch ein ganz wichtiges Stilmittel von ihm. Und das kennt auch der ganze Kader. Deswegen sind hier diese Switches, die Auswechslungen, sind da sehr easy und, ähm, haben da schon einen eingespielten Mechanismus. Mit Ball ist es das, äh, beliebte 3-4-2-1 mit, äh, zwei schnellen Außenspielern. Die Spieleröffnung erfolgt dann über die beiden Halbverteidiger. Und, ähm, dann geht der Ballvortrag meistens über die Flügel. Hier bildet man häufig, ähm, Dreiecke oder sogar Rauten, um halt in Überzahl zu kommen in der Ballnähe und einfach mehr Anspielstationen zu schaffen für den ballführenden Spieler. Wird der Raum zu eng, kann verlagert werden. Ansonsten arbeitet man gerne auch mit Doppelpässen, um hier diesen Dynamikrad ein bisschen anzukurbeln und, äh, Raumgewinn auch zu erzeugen. Gegen den Ball ist Werder im 5-3-2-Modus aktiviert mit einem kompakten Zentrum und die Tiefe optimal verteidigen. Der Gegner wird dann über außen gedrückt und da haben wir eine Sache, äh, vor allen Dingen, äh, zum Ende der letzten Saison gesehen. Ähm, Gegner, die im Dreieraufbau spielen, da packen sie gerne auch mal das 5-2-3 aus, denn dann sind vorne, gibt's da eine 1-gegen-1-Situation. Und wenn man die holt, dann kann man schnell zu Ballgewinn kommen und eine Offensivaktion kreieren. Das haben wir nämlich gesehen gegen den VfB Stuttgart, das klappte da sehr, sehr gut. Am Ende der letzten Saison. Und vorne wird viel rotiert, da ist man mit gegenläufigen Bewegungen in Verbindung mit tiefen Läufen. Da habe ich gerade Duxch auch im Blick, der sich da gerne so zwischen die Ketten, ähm, schlängelt, da nah am Abseits immer lauert und, ähm, ja, sich da so ein bisschen so durchtänzelt. Dadurch werden die Gegner natürlich auch ein bisschen verwehrt. Generell auch durch den Speed von, äh, Justin Nginma hat Werder hier ganz viele, ja, dynamische Mittel, um Gegner halt Unruhe zu stiften und, äh, Dynamik zu erzeugen. Gute Passspieler dazu noch im Zentrum. Dadurch hat Werder immer, äh, ungemein viele Chancen, ähm, abschussstarke Spieler in Szene zu bringen. Konstante Team hatten wir in der Kaderanalyse, konstante Trainer haben wir eben gehört. Und das bringt sehr, sehr, sehr viel Sicherheit für alle Werderaner, alle Werder-Fans. Es wurden schon sehr viele Variationen und Spielmechanismen sehr gut einstudiert. Ein dicker, dicker Pluspunkt. Und wir gehen mal weiter zum nächsten Pluspunkt. Teil 4, Top 11. Top 11 Time. Und damit gehen wir rein. 3, 4, 2, 1 ist the way to go. Da wird, denke ich, kaum dran gerüttelt werden. Von daher stellen wir das auch mal so auf. Zetterer im Kasten, das ist safe, äh, stark, der eigentlich lieber im Zentrum agiert. Den haben wir aktuell auf, ähm, RIV gestellt. Hier haben wir ein offenes Battle. Also Veljkovic hat den Kampf schon angenommen, hat nämlich auch eine starke EM gespielt und war auch in der Rückrunde. Ein guter Rückhalt. Dann haben wir Pipa als Herausforderer Nummer 3, genauso wie Malantini. Malantini, der ist da auf der 4 aktuell im Ranking. Ich ziehe euch die aber auch mal rein. Pipa wäre die dritte Option. Und Malantini wäre die vierte. Beide auch für RIV. Also ein Riesenangebot da. Das Coole ist, dass, ähm, Stark und Pipa könnten auch den Zentrums-IV abgeben. Von daher, ja, hat hier Ole Werner viel Variabilität. Dann haben wir Linksfuß Friedl in der Mitte. Er ist der Chefmann. Dann haben wir Jung über links. Ebenfalls Linksfuß. Ole mag besonders, da die Spieleröffnung auch von Jung. Von daher ist er auch zu 100% gesetzt. Weiser haben wir über die rechte Schiene. Einer der wichtigsten Spieler des Teams auch erst zu 100% gesetzt. Genauso wie Agu auf der anderen Seite zum aktuellen Zeitpunkt. Wir haben hier aber auch nochmal ein Fragezeichen, möchte hier nochmal reinziehen. Denn auch er, hier könnte noch ein Neuzugang kommen. Und dann hätte er auch nochmal mehr Druck. Linen hatten wir schon mit Lobeshymne im Rückblick natürlich. Dann haben wir Stay und Alvero. Das ist ein ganz offener Zweikampf hier. Mancher denkt eventuell, das wäre schon klar Richtung Stay. Aber Alvero macht mächtig Druck. Ja, Ausgang ist komplett offen. Wir können uns hier beides vorstellen. Ich ziehe hier auch nochmal Alvero rein. So wäre es mit Alvero aktuell aber in der Top-Elf bei uns. Jens Stay, der Deine. Und vorne gibt es erstmal keine ernsthafte Konkurrenz, was die Top-Elf angeht. Schmied über rechts. Dann haben wir einen Jinmar über links. Aufgrund seiner auch echt super Saison, die er da gespielt hat. Und vorne natürlich Duxi. Wenn Keke Top vielleicht mal von der Leine oder wie man in Bremen sagt, von der Linen gelassen wird, dann könnte eventuell auch Schmied rausrücken. Das wäre ein denkbares Mittel. Duxi dann über halb rechts als Satellitenstürmer. Und vorne dann Keke Top als Top-Stürmer. Aktuell sehen wir Top, aber nicht in der Top-Elf. Genau. Und damit gehen wir weiter mit den Standards. Duxi macht alles. Das wird auch nicht angefasst. Im Test haben wir auch Linen mal mit einem Eckstoß und einer Freistoßvariante gesehen. Die waren aber eher nicht so doll. Und auch Hansen Oren hat sich da mal versucht. Aber ihr könnt hier sicher sein, wenn Duxi auf dem Feld steht, dann wird er auch die Dinger treten. Teil 5. Auftaktprogramm. Ja, dann spaziere ich hier mal ganz gemütlich rein ins Auftaktprogramm. Und wir starten in Augsburg. Ja, Werder in Augsburg, da sahen sie letzte Saison auch schon ganz gut aus. Da prognostiziere ich mal einen Sieg. Dann zu Hause gegen Dortmund. Vielleicht kann man den Dortmunder ein kleines Unentschieden abluchsen. Mainz auswärts wird auch da eine enge Kiste, gerade mit Bo Henriksen und der Heimmacht. Da sage ich mal unentschieden. Da sind wir schon mal bei 5 Punkten. Heimspiel gegen die Bayern. Da gab es letzte Saison auf die Mütze. Vielleicht hat man da ein bisschen auch den Revanche-Gedanken. Ich gehe hier mal aber trotzdem mit dem Bayern-Sieg. Und Hoffenheim, wenn du einen Sieg holst in Hoffenheim, dann hast du 8 Punkte. Das wäre schon super sexy. Ich gehe mal aber trotzdem hier mit dem Unentschieden. 6 Punkte. Wenn du 8 Punkte holst, bist du top. Wenn du 6 Punkte holst, hast du den, ich würde sagen, schweren Auftaktprogramm hier gut überlebt. Und kannst dann entspannt durchstarten. Und damit starten wir mal weiter mit Teil 6. Fazit und Prognose. Wir starten mit den Mutmachern. Und Werder weiß genau, wer man ist. Wir haben einfach ein stabiles Umfeld. Und das hat einfach gerade einen ganz positiven Grad. Der Trainer passt perfekt. Und Werder hat etabliertes Spielsystem. Man kennt die Abläufe. Man hat diese Mechanismen schon einstudiert. Der Großteil der Mannschaft ist zusammengeblieben. Und kennt einfach dieses System Werner. Und Susi, natürlich unser Mann hier im Scouting-Department, regelt die Sache. Hat Svenno geschrieben. Das würde ich einfach gerne so übernehmen. Und Susi wird da vielleicht noch den ein oder anderen Transfer aus der Tasche zaubern. Und damit mal zu den Problemzonen, was eventuell auch Richtung Tasche zaubern geht. Es fehlt aktuell so ein bisschen das Geld, um jemanden schon mal im Voraus irgendwie einzuplanen oder zu verpflichten, da irgendwie für einen Neuzugang zu sorgen. Auch kein Topspieler ist dazu gekommen. Das spielt irgendwie auch in diesem Bereich. Daraus ergibt sich dann auch ein bisschen Kader dünne an einigen Stellen. Wenn da mal ein Topspieler ausfällt, hat man da eventuell keinen 1 zu 1 Ersatz und könnte zurückgeworfen werden. Das ist auch nochmal so eine Problemzone. Und ich habe nochmal hier drin, die Standardschwäche hatten wir im Rückblick nochmal als Übergangspunkt. Ja, die muss man natürlich einstudieren und da sollte man nochmal ein bisschen für mehr Feuer sorgen. Wir sorgen auch mit Feuer und zwar in unserem Club-Rating. Die Top 11, da gebe ich 4 Sterne. Trainer, Ole Werner passt super. 4 Sterne auch da. Dann haben wir den Kader, der an manchen Stellen aber auch noch etwas dünn ist. Da gebe ich 3 Sterne insgesamt und Verein ist auch stabil, stabiles Umfeld. Gebe ich auch mal 3 Sterne. Auch ein bisschen mit dem verpassten Conference League Playoffs. Die hätte man noch gerne gesehen. 3 Sterne ist man gut dabei. Und wir ranken Werder Bremen auf Platz 9. Ja, und schaut mal hier rein. Das ist ein Ausschnitt aus unserem Kickbase-Dokument. Das findet ihr immer in den Shownotes. Da haut die Redaktion fleißig immer ihre Game Changer des Teams rein. Nicht nur die Redaktion, auch die Community haben wir da integriert. Und heute, wie kann es anderes sein? Das Leben des Brian hat es natürlich geschafft mit seinem Game Changer-Pick. Und der ist Marvin Dux. Und da sagt er, das geht in seine 4. Saison. Prognostiziert da die 20 plus Scorer. Und sagt einfach, ja, attraktiver Werder-Fußball. Und er ist der Offensivmotor. Kommt da natürlich auch über Scoring. Kommt aber auch natürlich über die Standardstärke. Hat super viele Aktionen da. Und Marvin Dux ist sein Game Changer. Und du schaust gerade zu und hast noch Bock auf einen geilen Team-Check. Schau mal hier. Wir haben hier einmal die Kollegen von Holstein Kiel. Habe ich am Freitag analysiert. Kam Samstag aber erst raus. Und dann haben wir noch Heidenheim. Auch das ein geiler Team-Check. Auch auf jeden Fall mal abchecken. Und ansonsten würde ich sagen, lehne ich mich jetzt mal zurück. Und gönne mir hier mal den Feierabend. Deswegen sage ich schon mal, schönen Abend an euch. Und liebe Grüße. Tschüss.